Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns auf jeden Fall wieder den neuen Gegenstand Job anschauen, und zwar vom 05.04.2020, aber ich habe das Ganze um wenige Minuten verpasst, es tut mir leid, es ging leider nicht anders, Freunde. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht übel. Ich würde auch sagen, bevor es damit überhaupt losgeht, wir die Videobeschreibung gerne abchecken, Freunde, um zu meinem Partner Instant Gaming zu gelangen. Bitte supportet mich, ihr müsst nur draufklicken, euch die Webseite wenigstens anschauen. Ihr müsst da nicht mal was kaufen, aber wenn ihr euch da was kauft, Freunde, und ich kann euch nur eines sagen, es ist extrem günstig. Also schaut gerne vorbei. Dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt den Shop anschauen. Wie gesagt, ich habe das Ganze leider verpasst, also... Oh, oh, die neuen Skins sind da. Okay, 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 nice Sache. Ich würde sagen, oder beziehungsweise ein neuer Skin ist ja, ich habe neue Skins gesagt. Bevor wir damit loslegen, fangen wir hier auf der rechten Seite an. Deadpool ist natürlich immer noch am Start, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Zu wild, ich feiere das unnormal, Freunde. Alles geil, also aus diesem Paket, außer die Spitzsäcke, die könnte ein bisschen besser sein. Aber sonst gefällt mir das Paket absolut. Dann gehen wir weiter hier rüber, ne, die ganz normalen Sachen. Fangen wir am besten hier bei einhändiger, äh, einhändige Zahnseite an. Und ihr seht, 500 V-Bucks, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Siebenmal insgesamt, gefällt mir eigentlich, aber ich habe den originalen Zahnseiten-Emot. Dann haben wir Mega-Moves. Habe ich mir nicht geholt, keine Ahnung warum, man, das gefällt mir einfach nicht. 24 Tage lang ist es her, dass er zuletzt drin war. Zweimal insgesamt im Shop gewesen. Dann haben wir Katastrophe. Katastrophe oder so. Wer überlegt sich so ein Wort, man? 1.200 V-Bucks, war zuletzt vor 112 Tagen drin gewesen. Dreimal bis jetzt insgesamt bereits im Shop. Dann gehen wir weiter. Facet, Freunde, 1.200, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Neunmal insgesamt. Kann man auf jeden Fall auch mitarbeiten, ist auf jeden Fall nichts Schlimmes. Dann können wir hier hingehen, aufheulen. 200 V-Bucks, 90 Tage lang nicht drin gewesen. Zehnmal insgesamt, muss nicht sein. Gefällt mir irgendwie nicht. Heute haben wir eine neue Lackierung am Start. Ihr seht, Freunde, das sieht aus wie so ein Pappkarton. Übelst wild eigentlich. Also so Pappe einfach, also Karton. Zu wild. Also da hat sich jemand auf jeden Fall was Cooles ausgedacht. Ob ich mir das kaufe oder nicht, überlege ich mir jetzt noch spontan. Aber wir können schon mal hier rüber. Mecha-Anführer war auch zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Keine Ahnung, warum der Kollege jetzt wieder zurück ist. Aber wenn ihr Bock habt, Freunde, gönnt es euch. Erinnert mich immer an Power Rangers. Wer Power Rangers kennt, soll halt Hashtag Power Rangers kommentieren. Combo-Klingen, 800 V-Bucks, auch ganz nice. Und Mecha-Team als Lackierung, das muss nicht sein. Dann gehen wir jetzt rüber. Wir haben tatsächlich mehrere Skins erhalten. Vorhin habe ich das nicht richtig gesehen. Wir haben einmal hier die weibliche Version Boxxin. Boxxin, ja Boxxin heißt die. Ihr seht, es ist einfach eine weibliche Person mit alles aus Karton. Aus einem Paket, aus einem Karton. Rausgeschnitten und erstellt. Ja, kann man machen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist eine coole Idee. Dann haben wir coole Spitzhacken. Kartonspitzhacken. Ihr seht, ähm, geil. Also, ja, es ist cool, real. Dann haben wir nochmal einen Gleiter. Luftpolster, auch ganz geile Idee. Aber finde ich jetzt nicht so enorm krass. Da gibt es auf jeden Fall bessere Sachen. Und, Freunde, wir haben eine weibliche Version. Und zwar Boxxer. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht so nice. Da würde ich lieber die weibliche Version nehmen. Gefällt mir ein bisschen besser. Und ansonsten, das war es eigentlich mit dem Short-Video. Gerne support, creator code, ffpz-unschweb-sontier-eintragen, um mich zu supporten. Ihr wisst, Support und Liebe geht da auf jeden Fall jeden Tag für euch raus. Jetzt checken wir, Mann, den Rettet-die-Welten-Modus aus. Ich habe aus Versehen auf jeden Fall auf den Battle Royale-Modus gedrückt. Aber, das sollte ja gar kein Problem sein. So, Leute, wir sind im Rettet-die-Welten-Modus. Schauen wir uns das an. Superhelden-Lama ist am Start. Superhelden-Lonen sich auf jeden Fall nicht. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Superhelden kriegt man, by the way, immer so. Und das von uns soll das mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Auch rein geht mit euch. Euer Fraps und ciao.